Hier ist auch die kleine Tasse. Von dem habe ich mir eine Gitarre bauen lassen und habe dann auch noch so eine Tasse gekauft. Ja, das war auch ein Schweres, die ganz gut spielen war. Geil, ne? Also es ist so krass. Da spiele ich ja auch die Keks nur mit. Einfach legen. Die zweite Strophe musste ich einfach nur weiter durch den Song ziehen. Die muss nicht irgendwie dich nochmal überraschen und die ist einfach nur so, so jetzt sind wir drin, jetzt geht's weiter. Okay, dann einfach sie sehen. Die Elevati? Das ist Studio, die Elevati. Das war gut. Das war gut. Jetzt ein нормer Jude. Das ist die Erkunde.